Grüß Gott, ich begrüße Sie ganz herzlich bei der heutigen Ausgabe von Wer will mich? Meine Damen und Herren, Sie wissen ja, so ein Fischerl braucht ein ruhiges Platz, wo es bleiben kann, wo es sich wohlfühlen kann. Wenn Sie so ein Platz haben, bitte, 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 bitte rufen Sie uns an. Wir sind auf Ihre Platz angewiesen. Meine Damen und Herren, ich melde mich heute hier bei Ihnen, weil es um die Demokratie geht. Um die Demokratie jetzt und direkt, wo Sie selbst wirklich gefragt sind, um mitzuentscheiden, für unsere Zukunft, für unsere Platze, für die Platze unserer Kinder. Unterschreiben Sie bei mein OE, bitte. Bitte, 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 bitte unterschreiben Sie. Obwohl, eines muss ich ganz ehrlich sagen, ein Punkt, den die wollen, ist, den Bundesrat abschaffen. Meine Damen und Herren, so ein Bundesrat, wenn der abgeschafft wird, unser nächstes Fischerl in der heutigen Ausgabe, ist ein Bundesrat. Er sucht ein ruhiges Platz, wo er bleiben kann, wo er sich wohlfühlt. Er hat im Grunde nichts anderes getan bisher, als halt ein bisschen auf sich zu schauen, dass er gut durchkommt, dass es ihm gut geht. Wenn Sie so ein Platz für einen Bundesrat haben, bitte, 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 bitte rufen Sie uns an. Wir sind auf Ihre Platz angewiesen. Meine Damen und Herren, ich sehe auch noch etwas wirklich. Schwieriges auf uns zukommen, wenn der Bundesrat wirklich abgeschafft ist, dann werden uns viele Millionen Euro, die der kostet, einfach übrig bleiben. Diese vielen Millionen Euro sind bisher jedes Jahr wunderbar in diesem Bundesrat untergekommen und einfach verbraucht gewesen, einfach weg, haben ein Platz gefunden. Wirklich. Wenn Sie irgendwie eine Idee haben, was man mit so vielen Millionen Euro machen kann, wo man die unterbringen kann, wo die bleiben können, wo die vielleicht sogar einen Sinn machen. Bitte, 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 rufen Sie uns an. Unterschreiben Sie jetzt. Mein OE. Demokratie jetzt. Bleibt nur noch die letzte offene Frage. Und wer will mich dafür sehen? Gott, bitte, 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 schön. Nicht wahr, bitte, 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 bitte. Bitte. Untertitelung des ZDF, 2020